Ich muss da noch irgend wohnen. Ach, geh weg, Verrecke. Wo bin ich eigentlich? Hier, ja. Kann ich das Ding echt nicht abfackeln? So ein Dreck, ey. Ja, Pfeile brauche ich aber. Ich habe aber noch einen Schlüssel. Das heißt, ich muss doch theoretisch noch irgendwo eine Tür haben, die ich mit dem Schlüssel öffnen muss. Jetzt kommt die Preisfrage. Wo? Ah, nun geh drauf! Das ist ja mal. Ah. Hier waren wir doch auch schon. Natürlich waren wir hier schon. Ja, natürlich waren wir hier. Ach, Mann. Wo es da oben lang geht, wissen wir auch. Okay, ich gehe hier nochmal raus. Hm. So. Hier geht's auch rein. Lass mich in Ruhe. Ich gehe mal hier lang. Es muss irgendwo noch eine Schlüsseltür geben. Wie komme ich denn da rüber? Am sinnvollsten. Du mich auch. Das ist zu tief gewesen. Kann ich mich da rüber schubsen? Ah! Ne, kann ich auch nicht. Okay. Du geh weg. Ah, Moment. Warte mal. Ich bin doch von der anderen Seite gekommen, oder? Ah, was ist denn da drüben? Ah! Soll das einfach der Eingang sein? Okay. Ich bin aber, bevor ich hier was mache, wobei ich auch gerade gar nicht weiß, wie, will ich wissen, was hier drüben ist. Ach, Mann, gibt mir bloß keine Herzen, ehrlich. Das ist ein Loch. Ne, da lasse ich mich jetzt noch nicht reinfallen. Weil ich suche mich garantiert wieder nach diesem Weg blöd. Aber da ist ein Loch. Gut zu wissen, dass da ein Loch ist. So, wie komme ich? Ah, Moment. Warte mal. Ich wage mich da dunkel an was zu erinnern. Ah. Schau mal, einer guck. Yeah. Als wenn wir noch nicht genug Rubina haben. Oh, eine Tür. Ich weiß, da hinten war auch eine... Ich hole mir erst die Kiste. Kann ich hier was schieben? Oder so rum? Ne, weg hier. Da ist eine Kiste. Die hole ich mir jetzt. Ey. Da geht's nicht durch. Lol. Äh. Ne. Ja. Okay. So. 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 So auch. So nicht. Hilfe. Hilfe. Au. Das war klar. Wo bin ich? Ach, da. Okay. Dann so. So klappt's. Ha, ha, ha. Was ist das? Was ist das? Lass mich in Ruhe! Oh. Drecksvieh. Ich kann nichts machen. Ich kann nichts machen. So. Das kann einen Moment dauern, ehe ich hier fertig bin, aber... Na komm. Ja, genau. Ja, genau. Renn mir ins Schwert. Du auch. Danke. Ha, ha, ha. Schlechte Idee. Okay. Aha, so komm ich an die Kiste. Ein Schlüssel! War ganz gut, dass wir die geholt haben. Dann gibt's noch Feen, oder? Huuuuhu. Huuuuhu. Ich tendiere jetzt einfach mal drauf. Da ist nix. Ah! Ich will hier nicht sterben. Da ist nix drunter. Da ist auch nix drunter. So, ein Dreck. Na gut. Den ganzen Weg wieder zurück wird lustig. So, wie war'n das jetzt? So, 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 stehenbleiben. So, 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 und so, und so, und so, und wieso bist du jetzt hier vorne, du Drecksviech? Meine Güte. So, okay. Okay. Ah! Elendes! Herzen! Na, komm wieder runter. Mistviech. Okay. Okay. Na, komm. Nein! 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 Es hat beim Umdrehen doch noch reingerannt. Das gibt's doch nicht. Ach, geh weg. War ja noch nicht weit. Ach, deswegen war es vorne. Ah. Oh, nein. Na, Warp Fail. Meins! Das kriegt auch kein anderer. Du mich auch. Geschafft. Oh, leck mich doch. Fuck. Ah. 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 Ja. Lass mich. Geh weg, Alter. Du auch. Geh weg. Falsche Taste. Ah. 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 Okay, jetzt brauche ich den Stab. Ta-da-da. Geh weg. Nein. Nein, nein, nein. Nein, nein. Oh. Du mich auch. Es muss hier irgendwo ein Gang... Ah. Okay. Hier noch was schieben. Gib mir Herzen, verdammt, noch mal. Jetzt muss ich gleich einen Trank nehmen. Nein! Geh weg! Mein Herz! Hab dich! Du weh. Du bist nur ein Würmchen, du bist halb so wild. Du bist auch tot. Wenn auch nur für einen Moment. Aber ich komm vorwärts. Merkt ihr was? Okay, ich glaub, da geht's runter. Juhu. Was geht denn jetzt ab? Jetzt, wo mir grad anfängt, die Nase zu laufen. Sekunde, Leute. Ich brauch mal grad ein Stück Küchenpapier. Ey, das gibt's nicht. Aber okay. Ich hab keinen Maler mehr. Aber ich hab Tränke. Alter, fuck it. Was mach ich denn jetzt? Mit dem Schwert hauen. Motten töten, Motten töten, Motten töten. Ich kann Motten grad nicht anders töten. Alter. Fee, Fee, zum Glück hab ich ne Fee. Okay. Füllt ihr eigentlich auch Mana auf? Alter! Ich hätte vorher speichern sollen. Alter, wie viel zieht denn die ab? Ja, ja, ich hab ihn. Ha, ha, ha. Mit 1, 2, 3, 4, 5 Herzen. Meins! Ja! Ich wusste gar nicht, dass das der Weg zum Dungeon, äh, zum Boss war. Ups. Wuhu. Link, ich danke dir. Du hast mich aus den Klauen der Monster befreit. Hast du von der Prophezeiung der großen Zerstörung gehört? Hier. Was ich darüber weiß. Wenn ein Wesen mit Bösen im Sinne über die Macht des Trifos verfügt, naht die große Zerstörung. Die Legende erzählt aber auch, dass dein Held kommt, der gegen das Böse kämpft. Dieser Held wird ein direkter Nachfahrer der Ritter von Hyrule sein. Nicht wahr? In deinen Adern fließt das ritterliche Blut? Oh, anders formuliert. Dann musst du Zelda retten. Dich erwarten viele Prüfungen, bis du der legendäre Held bist. Hast du alles verstanden? Jo. Möge der Weg des Heldens zum Trifos führen. Kriegen wir ihn. Du-dum. Du-dum. Geschafft! Noch ein Dungeon. So, wo muss ich jetzt hin? Dungeon 4. Ist da. Okay. Da-da-da-da-da. Juhu. Geh weg. Jetzt muss ich hier nur noch einen Ausgang finden. Ich könnte mich ja mal durch das Loch fallen lassen, jetzt aus Gaudi. Ich meine, mehr als aus dem Dungeon rausfuchsen, muss ich mich ja nicht mehr, ne? Hinein! Ach, hier. Sag, aber was machst du denn da schon wieder? Mein kleines Kätzchen, hä? La-la-la. Nö, hier ist nix. Ach so. Haha, hab den Sinn verstanden. Ah. So komme ich da nämlich wieder raus. Ach, Herz verloren. Egal. Das hole ich mir wieder. Wir haben da noch einen Schlüssel. Was ist denn da hinter? Weg hier. Nichts Großes, glaube ich. Das klang doch noch... Ach, egal. Aber Moment, wartet mal. Da wollte ich doch gar nicht raus. Wenn, will ich doch hier lang. Ich muss ja auf die andere Seite. Nein, du triffst mich nicht. Genau, hier muss ich lang. Weg da! Ach man, hat er mich doch getroffen. So ein Scheiß. Na, ach, fuck. Kommt die eigentlich wieder, wenn ich da reingehe? Das sehen wir gleich. Sekunde kurz. Meine Katze will da gerade was machen, was ich nicht gut finde! Brauche ich ins Essen. Ja, meine Katze will da. Komm her! Komm zu mir zurück! Aller guten Dinge sind drei. Ich will diese Fee. Ja! In einer Flasche aufbewahren. Geht doch! Ach, nehmen wir mal den Bogen rein. Kein Schaden. So, wir müssen in die Stadt. Also gehen wir runter. Ohne irgendwo durchzufallen, bitte. Wir sind eh voll. Warum sammle ich die Dinger überhaupt noch ein? Nein! Nein! Geh weg! So, hier trifft uns... Hier ist für uns der nächste Dungeon. Ich brauche jetzt nicht wirklich welche, aber gut. Die Frage ist... Wo und wie? Denke mal, das hier wird der sein. Aber wie komme ich da rein? Einfach gegenrennen? LOL! So einfach! Oh ja, gut. Und wir sind im nächsten Dungeon. Ich setze hier mal ein Safestate. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Let's Play The Legend of Zelda Link to the Past. Äh... Pick? Eins? Okay. Ne, das war safe. Yes. Okay. Dann bis demnächst. Ciao! Tschau! 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 Tau!